Musik 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 Man hat die Autos in Stand halten Autos reparieren, Servicearbeiten ausführen Man hat sie für die Motorfahrzeugkontrolle bereitstellen Bei Fehlern oder Störungen, Probleme beheben Le Docteur des voitures Das Tolle an diesem Beruf ist die Herausforderung Sehr vielseitig Wenn es dann nachher lösen kann, das ist ein gutes Gefühl Es gibt immer mehr Technik Es gibt jeden Tag wieder andere Sachen Die Technologie, die jeden Tag in der Arbeit Man muss gut schrauben können Ein handwerkliches Feingefühl ist gefragt Man darf nicht zwei linke Hände haben Und auch das technische Verständnis ist sicher ein wichtiger Punkt Bis jetzt wieder Man macht mir aber Spass Ich wollte diese Profession sehr gut machen Ich würde nichts anderes mehr lernen Ja 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 Ich würde mich dazu achnen Ich würde mich sehr gut nachdenken Ich würde mich jetzt nicht mehr